Das Zollamt Berlin-Schöneberg. Sebastian Schulz kontrolliert ein Paket mit Nahrungsergänzungsmitteln. Die können unter das Arzneimittelverbot fallen. Die Bestellung kommt von der britischen Kanalinsel Jersey. Guten Tag, Sie haben sich Kosmetik bzw. Nahrungsergänzungsmittel bestellt. Okay, haben Sie auch eine Bestellbestätigung. Ich sehe zwar, dass Sie was gezahlt haben, aber es ist nicht ersichtlich, wofür. Also sprich, ich brauche eine Warenbezeichnung oder ähnliches. Also ich habe jetzt ein Foto gemacht. Ja. So, das sind die Artikel. Sechsmal die Nahrungsergänzungsmittel, viermal das Shampoo und dann einmal für zwölf Monate. Das sind, glaube ich, vier Pakete sein von dem. Das sind Tabletten oder was soll das sein? Ne, das ist eine Lösung für die Haare. Okay, gut. Ich würde Sie bitten, das Ganze einmal an diese E-Mail-Adresse zu schicken. Ja. Abfertigung großgeschrieben, Schöneberg mit oe.kommastrich beachten. Und dann schauen wir gleich da noch einmal rein. Er muss jetzt eine Bestellbestätigung schicken, also eine Rechnung, wahlweise je nachdem, was er zur Hand hat, wo quasi das Produkt genannt ist, namentlich und die Kosten für das Produkt. Das muss halt alles ersichtlich sein in diesem Dokument und Versandkosten müssen auch ersichtlich sein. Also ob Sie gezahlt wurden oder nicht, meinetwegen Free Shipping oder die Versandkosten. Und das alles zusammen ergibt dann den Zollwert. Also sprich, Blockkosten, Postversandkosten sind der Zollwert. Genau. So, was soll ich eins betreffen? Müssen wir nicht machen. Okay. Passt dann soweit. Okay. Willst du bitte einmal das Paket zu öffnen? Ja. Ein Messer befindet sich dort. Genau gesagt. Das Messer neben, kein Problem. Das Messer befindet sich dort. Gut, ich würde es Ihnen kurz bitten, Platz zu nehmen. Ich gucke mir das Ganze mal gut an und rufe sie dann wieder auf mit derselben Nummer. Alles klar. Ich gucke mir halt an, was für Inhaltsstoffe das Ganze hat. Und hier habe ich jetzt schon den ersten Verdacht, dass es nicht einfacherfähig ist. Da muss ich jetzt mal prüfen, ob das jetzt einfacherfähig ist oder nicht. Und das kann jetzt nicht einfacherfähig sein aufgrund des Stoffs, der da drin ist. Menoloxidil. Das ist halt unter Umständen nicht einfacherfähig, der Stoff an sich. Genau. Da muss ich jetzt, wie gesagt, einmal schauen. Und dann sehen wir weiter. Sebastian Schulz weiß, dass Nahrungsergänzungsmittel mit diesem Inhaltsstoff schon in Verwahrung genommen wurden. Also die Überprüfung hat ergeben, dass der Stoff, den ich jetzt gerade im Verdacht hatte, dass er nicht einfacherfähig ist, sehr wohl einfacherfähig ist. Also es wurde schon mehrfach bei uns zurückgehalten, in Verwahrung genommen und auch durch die zuständige Landesbehörde geprüft. Und da kam halt jetzt schon zwei, drei Mal das Ergebnis, dass es einfacherfähig ist. Somit wird es jetzt alles sozusagen im Sinne der Verbotenbeschränkung freigeschrieben. Er muss jetzt natürlich seine Einfuhrabgaben daraufhin richten und dann kann er das Paket mitnehmen. Bei einem Wert von mehr als 150 Euro fällt nicht nur die Steuer, sondern auch Zollabgaben an. Wenn das Paket aus einem Nicht-EU-Land kommt. Die britische Insel Jersey gehört aber noch zur Europäischen Union. Hallo nochmal. Also ich habe das Ganze jetzt geprüft. Dieser Stoff ist an sich ein Medikament nach deutschem Recht und ist eigentlich nicht einfacherfähig. Wir haben das jetzt aber schon ein paar Mal in Verwahrung genommen. Es wurde auch geprüft durch die zuständige Landesbehörde und wieder freigegeben. Somit gebe ich es jetzt auch frei für Sie. Das bedeutet, Sie müssen also jetzt noch 73,38 Euro an Steuern zahlen und Einfuhrabgaben. Also sprich Zoll und Einfuhrmutzsteuer. Genau, ich würde den Steuerbescheid fertig machen. Die Kasse ruft Sie dann auf. Platz 8 wird es sein und mit derselben Nummer das Ganze natürlich. Und anschließend bekommen Sie dann Ihr Paket mit. Okay, und ich kann auch mit Karte zahlen? Sie können auch mit Karte zahlen, genau. Wunderbar. Wunderbar, dann bis gleich. Ja, danke schön. Bitteschön. Hallo, so Herr B****, ja? Ja, genau. Das macht dann 57,17 Euro. Ja. Ich würde dann gerne mit Karte zahlen. Ja, einfach reinpacken. Ja. So, dann immer die Geheimzahl, bitte. Okay, einmal kurz die Quittung, genau, wunderbar. Sie hatten jetzt sogar Glück, in Anführungsstrichen, dass das Paket aus Jersey kommt. Jersey gehört zwar zur EU, aber nicht zum Einfuhrumsatzsteuergebiet. Das heißt in jedem Fall, es fährt keinen Zoll an, sondern nur die EU-Umsatzsteuer. Okay. Das haben Sie aber ein bisschen gespart in Anführungsstrichen. Wunderbar. Können Sie mitnehmen. Schönen Tag. Dann schiebt Ihnen auch die Nummer, lasse ich hier oder? Können Sie gerne mitgeben. Schönen Tag. Danke. Tschüss. Tschüss. Wenige Minuten später, der nächste Kunde. Guten Tag, wie ist denn Ihr Name? B****. Wunderbar, perfekt. Ich würde Sie bitte einmal, nee, alles gut. Ich würde Sie bitte einmal, das Paket zu öffnen. Okay. Das Messer befindet sich dort, direkt in Ihrem Skateboard. Genau. Sie haben etwas gekauft, ja? Und zwar Schleifpapier, also quasi das Papier für den Oberdecken. Genau, für das Oberdeck. Sticker und Rollen, okay, wunderbar. Das sind die ganze Kunde gekauft, aber die packen meist. Die meisten Job sind gut dazu. Als kostenlose Beigabe, genau. Genau. Wunderbar. So, das ist ein Sprecher. So, das sind die Abstandshälte. Ja. Genau, also das sind halt für die Hand für so eine Abstandshälte. Okay. Das ist das Tape, was ich meine. Jupp. Gut, das sind die Rollen. So, das sind die Rollen. Tadam. Können Sie einmal Platz nehmen? Ja. Wieder im Wartebereich Platz nehmen, genau. Die Ware kommt jetzt in dem Fall aus der Schweiz. Da mussten wir jetzt mal kurz gucken, was für einen Wert die Ware hat. Also der Zollwert. Sprich die Kosten für die Ware plus Versandkosten. Da war jetzt halt konkret die Frage, ist die Ware teurer als 150 Euro? Das haben wir jetzt geprüft. Das können wir jetzt zum Glück mit Nein beantworten. Also was heißt zum Glück? Zum Glück für den Beteiligten mit Nein beantworten. Ja, jetzt mach ich den Steuerbescheid fertig. Das Ganze geht dann in die Zahlstelle. Und wenn er dann die Abgaben bezahlt hat oder entrichtet hat, dann bekommt er seine Ware natürlich ausgehendigt. Hallo. So, ihr M***er? Ja. Also macht dann 25,40 Euro. Ein Euro hab ich noch klein. Ja, ich hab meistens aus der Schweiz, ich hab erst letztes Jahr was bestellt, da kam halt auch Zoll dazu. Also ist halt normal eigentlich halt. Ist halt das Doofe, dass der Schweiz ist eigentlich nicht weit weg, aber trotzdem kommt Zoll dazu. Wäre natürlich optimaler, wenn sie zumindest dann in der Regelung, dass man da keinen Zoll zahlen muss. Aber gut, Schweiz hält sich halt gerne so ein bisschen raus. Nee, das ist fünf. Von der Kollege meine ich halt irgendwie sechs. Ja, Platz fünf, alles gut. Wunderbar, mit zweit haben sie. Ja. Dann ihr Paket. Ja. Und dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Tschüss. Ciao, ciao. An diesem Tag haben die Zollkontrolleure Claudia Rosso-Scholl und Sebastian Schulz Waren im Wert von einigen Tausend Euro versteuert und so einen erheblichen Steuerschaden für den Staat verhindert. Untertitelung des Zollkontrolle Bis zum nächsten Mal.